Es ist vollbracht, vergiss ja nicht, dies bat mein Herz, das Wesen spricht, da er am Kreuze für dich stirbt. Und die Rieseligkeit verwirbert, da er, der alles, alles voll gemacht, nunmehr ausspricht, es ist vollbracht. Es ist vollbracht, ich bin befreit, ich habe schon die Seeligkeit, weil's ründ und tot ist vergenommen. Es ist gerade und Liebe wiederkommen, darum, wenn auch gleich alles bricht und kracht, sag ich getrost, der Seel ist vollbracht. Herzlich willkommen zu unserem Videokalender mit Besinnungsmomenten in der Passionszeit und zu Ostern hier aus der Martin-Luther-Kirche in Böblingen. Ich bin Pfarrerin Eva Schuri und spreche für Sie heute die Worte zum Karfreitag. Ich lese Bibelworte aus Johannes 19. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus, zu dem sogenannten Schädelplatz. Auf Hebräisch heißt der Ort Golgatha. Dort wurde Jesus gekreuzigt und mit ihm noch zwei andere, auf jeder Seite einer. Jesus hing in der Mitte. Damit in Erfüllung ging, was in der Heiligen Schrift stand, sagte er, ich bin durstig. In der Nähe stand ein Gefäß voll Essig. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein. Dann steckten sie ihn auf einen Üsop-Stängel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem Jesus etwas von dem Essig genommen hatte, sagte er, jetzt ist alles vollendet. Er ließ den Kopf sinken und starb. Karfreitag Ein Text von Manfred Henkes Das Leben ein Kreuz Das Leben ein Kreuz Das Leben Kreuzweg Das Leben Weg zum Kreuz Das Kreuz Leben Das Kreuz Lebensweg Das Kreuz Weg zum Leben Ich lebe mit dem Kreuz Ich lebe das Leben Ich lebe mit dem Kreuz das Leben Das Leben bringt das Kreuz Das Kreuz bringt das Leben Karfreitag Die Woche geht noch weiter Ein neuer Tag Karfreitag Das Leben geht noch weiter Ein neues Leben Das Leben bringt das Feuer Vielen Dank.